Heho Leute! Es geht los, gell? Ihr dürft fast schießen, gell? Achso! Aua! Na hallo! So! Das war überhaupt nicht mit Absicht! Moment, Moment, Moment! Dann lege ich mal kurz los. Ihr wundert euch bestimmt, warum keine Videos rauskommen oder ihr wundert euch nicht. Egal, ich erzähle es euch trotzdem. Ich habe meinen PC formatiert, neu installiert und... ... alle Videos gelöscht. So, jetzt ist es raus. Alter! Ja? Was ist los? Riebe, bleib am Leben, bleib am Leben los! So, und deshalb kommt jetzt hier... ... ein lustiges... Nein, ich bin tot! Oh, Matheus, stirbt doch! Oh, ein lustiges Counter-Strike-Gun-Game. Dingens. Gedöns. Oh nein! Achso, das ist ja der Peter! Ich sehe gar nicht, wer denn der Gegner ist! Oh Gott! Oh nein! Entschuldigung! Entschuldigung! Boah! Entschuldigung! 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 Alter, wissen Sie mich eigentlich Rollen oder so? Nein! Nein! Voll die Verhautung! Voll die Verhautung! Ich treff' nicht! 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 Ich war am Nachladen! Wow! Ey, schieß doch nicht! Jetzt hab' ich nur jetzt deine AP, danke! Sorry! Hörtschrick! Gut getroffen! Getroffen! Der Rieber! 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 Nein, Magi! Magi! Stopp! Ja! Wir haben gewonnen! Der Rieber! Ja! Ich glaub' die ziehen uns... Oh! Die USP ist so schlecht! Die ziehen uns nicht ab! Die kommen... Oh! Oh! Die ziehen uns nicht ab! Die kommen! Oh! Ja, weiß ich! Oh Gott! Der läuft um die Ecke und knallt mich erst mal fast ab! Hast du vor, mich weiter zu blocken? Ja! Ja! Eeeh! Team Killer! Eeeeee! Nicht mit ne'n andere Waffe! Ja, Magik! Das ist jetzt mal hin, mich nicht zu blocken! Oh, Mann! Der weiß... Warum bin ich so flotty? Ich bin voll flott! Hahahaha! Wiiiih! Jijuuu! 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 Wieso? Das hat einfach zu spät gesagt! Aiz! Warum? Ich dachte, warum darfst du schießen und wir nicht? nicht schießen ja ihr braucht ja nicht das machen was ich sag oder da können wir auch genauso gut Simon Sass spielen Simon Sass ducken Teamkiller ja aber dieses mal sehen ob sie nochmal rausfliegt mach nochmal ja dankeschön ey jetzt glaubt ihr mir noch den Kill ich komm nicht von der Stelle weg jetzt kannst oooooh ja 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 jetzt kannst du und oh leid ihr seid solche Opaus geläu ich hab so Angst dass er mir ein Schick entwickelt dass man so spiel hier oh Matt wurscht Matti jetzt mal ernsthaft Peter ich hab jetzt nur einen Feuerstoß gespielt ja wenn du so blöd bist nicht trifft tüßt nein aber warum triffst du es so spiel oh guck dir den an wie du so voll auf mich guckst und dann voll noch gestürzt nein guck dir den an hallo warum bin ich so schnell wesprach Mensch Wosin 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 ich wollte besser ich hab ja sauland warum ich so schnell bin ja du bist so hier oh du noch zwei OP du Arschloch boah das will ich auch haben das ist wenn du dominierst Aaaaaaaaah oooooh oh nee ähm Amadeus hast du noch alle Tassen im Schrank bitte Nenehnen, Alter! Heaven! Haff dich mal! Ahso, ja, ich wollte hier sagen, mit wem ich... äh... hier auf'm Salvador spiel. Mit dem Heaven, mit dem Madbush Maddy, mit dem Items for Sacred, mit dem Buggy und mit mir! Der spielt mit sich selber. Mh, hat das Christentum das gehört? Eh, du better! Willst du auch schießen, ne, willst du auch mal schießen, ne Arschlauch? Den vorbeigehen! Häh, Maddy, Häh! Alter! Maddy! Boa, ah, nicht, nicht! Ich hab dich auch einmal angeschossen, aber... Alter, hör doch mal auf, wer war das? It's a me! Oh, nee. Hey, wo seid ihr? Wo seid ihr? Michi! Ah, Mann, warum schießt jeder aus meinem Team, Mann? Wir haben alle eine perfekte Menschenkenntnis, mein Freund. Oh, Michi! Nein! Schon wieder! Immer auf mich, ey. Au! So. Der war ein Vef. Ah, aber Justus, das bist du! Uh! Nee, ne, ne, ne. cubって Wenn dir getreckt hat. Es hat irgendwie jeder gesehen, das ist eine Fall, king. Boah! Gott sei denn, hab ich keinen! Doch, du hast... Du hast auch mich geballert wieder... Ey, du Arschloch. U Vai. Ach komm schon, Heaven! Ey sorry, was ist das hier? Ist hier kein Spiel, wo man sich gegenseitig abschießt? In dem Moment gibt der mir einen Header, weiss? Wenn der Amadeus abknallst und der weiter läuft, dann kommt er einfach auf der Stelle. Seos, ich hab dir grad voll ins Gesicht geschossen, ey. Nein, glaubst du, das hab ich nicht gemerkt. Du weißt, wenn die LP auf einmal nur noch 2 sind, dann statt 20. Ah, Arschloch. Wie ihr da sitzt, in 10 Minuten voll verwirrt ist. Boah, Matti, ey. Hihihihi. Ähm. Oh, da kommt jetzt jemand, da kommt, da kommt, da kommt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ich! Aaaaaah! Boah, lass mich doch mal kurz neiden, ey. Ähm, ähm. Ich bin schon in so schlechten Snippen, aber ich kann wenigstens den Spaß lachen. Oh Gott, der hat schon die Granate, ach. Ey, Riva. Wir hatten ja auch Granaten einstecken. Ich? Klar, klar, Heaven, du lässt an meinem Teamkamerad vorbei und killst mich durch. Und da kommt er schon wieder. Ich bin da... ich bin grad wie Spawn, sorry. Hey! Ich hab da nicht wieder stehen, wo ich die Näht hinwerf. Hey, Kiki, mach's dir so leicht. Oh. Ey, das war schon wieder zu mir. Ey, Heaven. Äh, ich find's grad lustig. Geht doch, ey. Ein Kräger macht hier, ey. Ja, Mann. Ich hab dich auch Granaten, ey. Scheiß drauf, dass du mich KS hast, nein, ich hab' mich nicht. das ist das wichtigste wo ist der Heaven Och man Heaven, wir haben ihn geburscht Ja weißt du, der Heaven hat noch ne Ding, der hat noch hier die AK Alle in die Luft gucken! Verdammt Wie ich halt ne Blendgranate senkrecht in die Luft werfe Jetzt kommt schon wieder der! Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los! Der hat mich gemessert, der Arsch Tobias, wär das eine normale Granate gewesen, das wär's tot gewesen Aber ich hab die Mettwurst noch an Ich möchte drüber übrigens anmerken, dass das Spiel vorbei ist Nein! Na gut Leute, dann würd ich sagen bis zum nächsten Dingern Nein! Tschüss! Tschüss! Tschüss!